Grundsätzlich haben alle Menschen die gleichen Rechte, aber in vielen Ländern, eigentlich in allen Ländern der Welt und in allen Gesellschaften, gibt es immer Subgruppen, Untergruppen, die nicht die gleichen Rechte zugestanden bekommen, sei es verschiedene Religionen oder sei es Homosexuelle zum Beispiel, die in vielen Ländern in Afrika verfolgt und umgebracht werden. Das nennt man Diskriminieren, Diskriminieren, Diskriminieren.